Meine Liebe, mein Glaube und ganz günstige Herren, warum ich euch berufen habe, ist dies, was durch viele Jahre angebe wusst, was ich für ein Mann war, in vielen Kisten und zauberdeufe nicht, welche aber nirgendwann es in vollen Teufel kommen. Zu welchen Teufel ist ein Rüst, mich noch nirgendgebracht, als die Böse des Höchsthofs, zwar mit dergleichen Schillen. Mein Nichts erzeugt, mein Rausch, starke und bruttlose Wille. Und fliegende, teuteste Gedanken, wenn ich mich übergesetzt, da hätte ich mich im Teufel geschlossen. Jünglich und siebenzwanzig, Ja, denn mein Leid, du und Stöne, und in solche Jahren, bis auf diese Nacht, zum Ende gehoffen, und steht wie das Sturmklaß um den Augen, das lichendendig ist, da es ausläuft, und herrlich diese Nacht. Jünglich und siebenzwanzig, wie weil ich ihre Einwunschläge zum zweiten Prager und die eigenen Blut erschweben habe. Amen. 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 Amen.